Hallöchen lieben Freunde und herzlich willkommen hier zur dritten Folge von Overwatch. Wir beziehen heute Verteidigungsstellung auf Numbani und zwar mit... Hm. So. Keine Konstru... Torbjörn, wer hat ne Idee? Hier einfach immer sein Visier so hochwirft. Das ist nämlich was lustig. BAM! 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 Okay. Was man zusammenbauen kann, kann man auch zerlegen. Ich würde ihn interessieren, wie klein er jetzt eigentlich ist. Ich finde das so lustig. Der ist ja so mini. Oder wenn er kriecht, wie klein er dann ist. Hui. 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 Guck mal, ich bin so groß wie... Reinhard! Nein! Nein! I! 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 N! Der Typ kann mustabieren. Einen guten Kampf! Jaaa... Ähm... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Angreifer nähern sich... Keine Sorge, Freunde! Ich bin euer... An dir kommt keiner vorbei! Der Schutz fährt hoch! Alter, immer diese... 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 Reapers! Diese Rippchen, ey! Kenji! Jaaa... Kenji... So, gegen wen spielen wir? Hanzo... Hm... Zwei Hanzos... Äh... War nicht grad so das Beste nicht. Weil er bei ne Pfadfinder und... Der war glaub ich im Kletterverein. Darum kann er so extrems Kletter sein. Läuft bei ihm. Uah! Ey! Krieg dich! Ich hätt sie sogar fast echt gekriegt, alter! Einmal Rüstung zum mitnehmen! Bitte! Hallo! Wenn dann bitte sagen hier! Ja! Komm schon! Nein! Nein! Nicht schon wieder! Jetzt helf ich mich mal, Ligger! Boah! Reinhard! Zähl ich mein Geschütz doch einfach mal, ey! Oh! Ich hab geschmolzener Kernbereich! Nein! Ich hab die Ulti einfach so dumm rumgerastet, alter! So! LOL! He LOL! So! Jetzt bist du wieder auf MAXIMO! BAKATIKO! KUBEI! AAAAAAAH! Der Anblick war nicht gerade so... BAKATIKO! 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 MAH! Mal gucken was uns da jetzt so schönes erwartet... Wir nehmen uns unseren Punkt, wir müssen zusammenarbeiten. Ha! Haben wir ihn? Haben wir ihn? Ja, gut. Ja, klar. Ich habe ja Anzeige gekriegt, dass ich jemanden gekillt habe. Dass ich ihm geholfen habe. Loool! Alter, diese Heißpickel, ich komme einfach nicht drauf klar. Die sind einfach so heftig. Denen zeige ich die kalte Schulter. Das ist natürlich auch ein Zitat. Ey, das hat natürlich Gewicht wie sonst was, ey. Oh mein Gott. Ja, verdammt. Bin in die Ulti reingelaufen. Waka hat mir Kukurei. Solange der Punkt auch umkämpft, ist es nicht gut. Komm, wir schaffen das noch. Jetzt wird's massiv. Schaut mir das ehrlich jetzt noch? Bis dahin zu laufen? Das ist eure gerechte Strafe. Wir verrieren am Boden. Rekt in den Rücken. Nein. Haltet sie vom Kumpel her. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Haltet sie vom Kumpel her. Halten sie die Fracht auf. Okay. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ah, verdammt. Diesen... Man, sonst wäre die richtig gut gewesen. Wäre die richtig, richtig gut gewesen. Einfach mal. Aber naja, kann man nichts gegen machen. Ich laufe gerade nur in den Besten hinter. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ach, da. We don't make her here. Hehe. Oh. Sorry, wenn das gerade irgendwie zu laut war, aber ich habe mich gerade hart erschrocken und ich wollte immer weg. Ah. Nein. 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 Ich habe dich im Vizier. Ich habe dich. Ich habe dich auch im Vizier. Hehe. Der Drache führt meine Klinge. Oh, ich habe den angehütet. Komm her. Komm her, mate. Todespickel. Bam. 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 Jetzt gibt es eine Abkühlung. Bam. 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 Mäh, mäh, Alter. Das Geile ist, es rein sich. Ja. Oh, warum tue ich das? Das ist teure gerechte Sprung. Boah, genau. Alter, wie hoch springt die denn, um uns alle wegzunudeln? Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie hat ja eigentlich das Ziel, glaube ich, gerne immer getroffen. Haha. Komm, Jungs. Lass eine Minute noch. Oh man, jetzt muss ich mich verpissen. Das wird sie eine Weile aufholen. Wackert jetzt wird's massiv. Boah. Alter, da sind sie aber richtig radikal reingegangen. Aber richtig heftig. Das war nicht so nett. Wenn man das mal so sagen darf. Das war halt wirklich gar nicht nett. Oh Gott. Habe ich vergesst. Easy win, Freunde. May, main, glaube ich. Habe ich so gehört. Nicht? Tribun. 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 Ja, kein Plan. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Bam. Ja. Das war's. Mit der heutigen Folge. May, main. Overwatch. Aka Übersicht. Auf, Numbani. Haut rein. Bis denn. Und auf Wiedersehen. Haut. Tschüss.